Ja, dann auch einen schönen guten Nachmittag von mir in die Runde. Ich möchte von ein paar Erfahrungen berichten, die wir bei uns mit einem, nicht mit einer wirklichen Prüfung, sondern mit einem Online-Zulassungstest und mit einer Leistungskontrolle gemacht haben. Da waren ein paar MC-basierte Fragen drin, aber hauptsächlich numerische Fragen, weil da ging es um ein ingenieurwissenschaftliches Fach, nämlich um die Grundlagen der Elektrotechnik. Ein kleiner Disclaimer vielleicht vorneweg. Also ich bin kein Hochschul-Didaktiker, ich bin Ingenieur von Herzen. Alles, was ich hochschul-Didaktisch erzähle, habe ich mir sozusagen als Autodidakt angeeignet. Deswegen ist das vielleicht auch alles ein bisschen aus der Sichtweise eines Ingenieurs, aber das ist ja manchmal auch gar nicht so verkehrt, wenn man um so technische Fächer spricht. Noch ein paar organisatorische Hinweise. Die Folien kann man im Nachgang gern haben. Auf der Aufzeichnung probiere ich mal parallel. Mal gucken, ob das funktioniert. Dann kann man sich das im Nachgang gern nochmal per Video anschauen und deshalb würde ich auch gern auf Zwischenfragen verzichten und verweise auf Zwischenfragen auf das Konzeptboard, in dem eben gern Fragen schon mal parallel formuliert werden können oder meinetwegen nebenbei auch gern in den Zoom-Chat, wenn einem ganz passende prägnante Fragen einfallen und man die nicht wieder vergessen möchte. So, Herausforderungen bei Prüfungen und bei Leistungskontrollen wurde schon ein bisschen darüber gesprochen. Deswegen kann ich das, glaube ich, knapp machen. Natürlich sollte das zu der Lernmethode und den Lernszenen passen im Sinne des Constructive Alignment. Das muss irgendwie zu der Gruppe der Studierenden passen oder der Kohortengröße. Insbesondere bei Online-Prüfungen hat man noch so ein bisschen das Thema Authentizität, Originalität. Prüft man die Person, die man prüfen möchte, ist das auch wirklich deren eigene Leistung? Datenschutz spielt da auch noch mit rein, haben irgendwie dritte unbefugten Zugriff auf die Prüfungsdaten. Rechtssicherheit haben wir schon darüber gesprochen. Das Thema will ich gar nicht aufmachen. Ist allen Beteiligten, insbesondere den Prüflingen, klar, wie das Ganze abläuft? Auch wenn irgendwas mal irgendwie nicht wie geplant funktioniert und gerade bei Online-Prüfungen und so wie wir das gemacht haben, die Studierenden auf ihren eigenen Endgeräten von zu Hause aus. Was passiert da, wenn es einen Internetverbindungsabbruch gibt? Was passiert, wenn irgendwie unser Moodle-Server in der Uni abstürzen würde? Sind die Daten nach der Prüfung sicher gespeichert? Über solche Sachen muss man sich natürlich irgendwie auch Gedanken machen. Letztendlich denke ich, dass aber Online-Prüfungen auch ein großer Treiber von Lehrinnovationen sein können. Das ist ja auch schon ein bisschen so angeklungen, hier der schöne Spruch von Franz Bereswühl, wie man geprüft wird, so lernt man. Wenn die Studierenden wissen, dass es am Ende irgendwie auf eine wissensbasierte Klausur oder Prüfung hinausläuft, für die man Bulimie-mäßig lernen kann, dann werden Studierende halt Bulimie lernen und das Wissen schnell in sich aufsaugen, möglichst schnell wieder aus sich heraus geben und dann auch schnell wieder vergessen und eben keine Kompetenzen aufbauen. Da gibt es auch so diesen Spruch, wer Credits sät, wird Bachelor ernten. Das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Also wenn man kompetenzorientierte Prüfungen etabliert, dann können und müssen die Studierende nichts anderes machen, als eben entsprechende Kompetenzen aufbauen, die dann in Prüfungen abgeprüft werden. Und das geht halt eben nicht mit Bulimie dann. So, also das vielleicht so ein bisschen als Einstieg. Ich würde dann ein bisschen was zur Hintergrund und Motivation dieser Online-Leistungskontrolle bei uns erzählen. Dazu, wie ich die vorbereitet habe, wie ich sie den Studierenden gegenüber angekündigt habe, wie ich sie in unserem Lernmanagement-System, das ist ein Moodle, bei uns in Magdeburg implementiert habe und natürlich auch so eine kleine Evaluierung, Auswertung, Ausblick geben. Als Hintergrund und Motivation, also diese Leistungskontrollen zur Prüfungszulassung, die gibt es bei uns schon sehr lange. Ich habe ja auch mal in Magdeburg Elektrotechnik studiert, ich bin ja Ingenieur. Ich habe das früher auch gemacht. Die waren halt immer klassischerweise in Präsenz, immer so zum Mitte, Ende des Semesters, alle Studierenden in einem großen Hörsaal und dann gab es so ähnliche Aufgaben wie später in der Prüfung. Bis zu dem Wissensstand, sage ich mal, Kompetenzniveau, was man bis dahin in der Vorlesung entsprechend in der Lehrveranstaltung aufgebaut haben sollte mit den Übungen und dem angeschlossenen Laborpraktikum. Und ja, so dass man auch schon mal sich als Student, als Studentin ganz gut auf das dann perspektivische Prüfungsformat vorbereiten konnte damit. So, wie das jetzt eben so vor zweieinhalb Jahren war, das kennen wir alle, kam da irgendwie so eine Pandemie dazwischen und die große Frage war jetzt eben, wie man dieses Prüfungsformat oder dieses Leistungskontrollformat irgendwie mit den Bedingungen der Pandemie zusammenbringen konnte, dass man jetzt eben nicht mehr alle Studierenden alle in einen großen Raum setzen kann. Und naja, also das, was wir uns dann überlegt haben, wie so viele ist, eben irgendwie ein Online-Format daraus zu machen. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass sich die Grundlagen der Elektrotechnik zu großen Teilen, also schwierig, durch Multiple-Choice-Fragen abprüfen lassen. Ich habe mittlerweile jetzt so in den letzten zweieinhalb Jahren einen sehr großen Katalog auch von Multiple-Choice-Fragen entwickelt. Die nutze ich aber für einen anderen Zweck. Da mache ich ein tägliches Quiz für unsere Studierenden auf Instagram. So Lehrveranstaltungsbegleitend einfach, weil ich festgestellt habe, dass Studierende sich Fragen bei Instagram viel gerne und viel lieber anschauen, als wenn man die in irgendein Moodle-System reinbaut, weil die dann halt einfach, naja, auf ihren digitalen elektronischen Endgeräten einfach so auftauchen, da, wo sie sowieso unterwegs sind. Und als Beispiel hier mal so eine schöne, also die Schwierigkeit ist ja eben nicht, sich eine Frage auszudenken, sondern irgendwie gute, passende Distraktoren. Und davon hängt eigentlich die Qualität der Frage ab. Wenn man jetzt halt fragen würde hier, wie heißt die Hauptstadt von Zambia? Wer von uns würde wissen, dass das Lusaka ist? Ich wüsste es nicht. Wenn man halt als Antwortmöglichkeiten diese hier gibt, dann wüssten wir alle, dass das halt Lusaka ist, einfach mit Ausschlussverfahren. Und das halte ich immer noch für ein großes Problem bei Single- oder Multiple-Choice-Fragen, dass man natürlich viele Fragen eben auch mit so einer gewissen Quiz-Wiseness und es ist immer die dritte Antwort oder es ist immer die längste Antwort oder es ist irgendwie die Antwort, die, naja, halt im Zweifel dann auch am wenigsten falsch klingt oder wo irgendwie die richtigen Buzzwords drin vorkommen, lösen kann. Also da muss man halt einfach sehr, sehr, sehr gut sein, sich gute Fragen auszudenken. Ich bin immer mittlerweile super kreativ darin, mir gute Fragen beziehungsweise gute Distraktoren auszudenken, wenn ich Prüfungen und Klausuren von Studierenden kontrolliere, weil dann sieht man halt so die typischen Missverständnisse und Fehlkonzepte, die halt Studierende haben. Und dann sieht man halt die Falschantworten, da muss man auch die passende Frage zustricken. Dann geht das relativ schnell auch Single-Choice- und Multiple-Choice-Fragen, auch kompetenzorientiert sich auszudenken. Aber muss man halt in der richtigen Stimmung für sein als Lehrperson, sage ich mal so. Die Idee, die wir dann hatten, war daraus eben berechnete Fragen zu machen. Also sowas hier als ganz einfaches Beispiel. Da steckt das Ohmsche Gesetz hinter, da ist eine Spannung, Strom gegeben, wie groß ist halt der Widerstand. Und sowas kann man relativ einfach in Moodle einbauen. Und was wir dann gemacht haben, ist damit eben alle Studierende unterschiedliche Zahlenwerte bekommen. Wir haben die Zahlenwerte randomisiert, sodass, wenn Studierende eben das zusammen zu zweit, zu dritt, zu viert in einer Infektionsgemeinschaft der Wahl sich zu Hause hinsetzen würden und gemeinsam diese Online-Leistungskontrolle zu lösen, dass sie immerhin alle unterschiedliche Zahlenwerte bekommen. Das geht halt so bei berechneten Fragen sehr einfach. Und wir haben dann außerdem eben noch die Reihenfolge der Fragen randomisiert. Also alle Studierenden bekamen die gleichen 30 Fragen, aber eben in unterschiedlicher Reihenfolge. So, und dann kann man eben Antwortformeln vorgeben. In dem Fall ist das jetzt hier eben einfach RSU durch I, das Ohmsche Gesetz, noch ein bisschen mit einem Faktor dazu, der die Einheiten miteinander verrechnet. Und das kann man jetzt natürlich beliebig kompliziert machen, was eben als Formeln man in so einen Moodle reinbauen kann. Okay, so, so. Also ich habe jetzt extra ein einfaches Beispiel gewählt, dass man sich vorstellen kann, wie das ungefähr technisch abläuft. Zur Vorbereitung, wie ich sage, die Schwierigkeit ist, passende Aufgaben zu finden in einem passenden Niveau, desirable difficulties. Und dann eben, naja, man kann ja nur das Endergebnis abprüfen. Also sollte es möglichst wenig Teilschritte geben oder irgendwie muss man sich dann überlegen, wie man diese Teilschritte auch mit abprüfen kann, eben als weitere Teilaufgaben. Aber so, dass da halt eigentlich viel Zahlenrechnung drin ist und wenig Herleitungsaufwand, weil am Ende sehe ich ja nur den Zahlenwert, den den Studierenden eintippen und keine Formeln. Natürlich braucht man irgendwie eine Musterlösung. Man muss mal selbst überlegen, wie lange bräuchte man als Lehrperson, um vielleicht diese Aufgabe zu lösen. Dann ist so ein ganz guter Faktor mal zwei, mal drei. Das ist ungefähr das, was Studierende brauchen, so aus meiner Erfahrung. Da muss man es natürlich aufschreiben. Ich schreibe das erstmal in Lattich auf, weil ich das da gut speichern kann, in verschiedene Formate konvertieren kann. Im Moodle braucht man das natürlich in HTML. Da macht das dann Aufwand, die Formelzeichen zum Beispiel umzusetzen, Kursivschreibung, Aufrechtsatz von Einheiten und sowas. Dann braucht man noch die Antwortformel und muss die Eingabewerte randomisieren. Und ein Vorteil von E-Klausuren, der auch schon angesprochen wurde, ist eben Feedback. Man kann Studierenden damit sehr schnell und sehr niederschwellig und sehr einfach passendes, konstruktives Feedback geben. Ich habe dann oft Wikipedia-Artikel rausgesucht, die irgendwie gut zu der Aufgabe passen, wo dann im Prinzip die Lösung irgendwie beschrieben wäre. Und da muss man das in den Fragenkatalog in seinen Moodle-Kurs reinbasteln und entsprechend daraus einen Test bauen, indem man die Fragen und Aufgaben von dort aus dem Fragenkatalog in den entsprechenden Test reinbaut. Und dann habe ich den Test erstmal natürlich durch ein Passwort geschützt und habe den an die Kollegen weitergeschickt, weil die Kollegen und Kolleginnen sind nochmal extrem wichtig, um da mit so einem ohne Betriebsblindheit verunreichlich Blick draufzuschauen und selber auch nochmal sich zu überlegen, welchen Zeitaufwand bräuchte ich jetzt, um das zu lösen und vielleicht auch so Ungenauigkeiten, Fehler, Zweideutigkeiten im Wortlaut der Aufgaben zu finden, die man halt einfach missverstehen könnte. Dann habe ich das einfach über das Moodle gegenüber den Studierenden angekündigt, also schon ein, wie das stattfindet, schon ein bisschen vorher, aber dann halt einen Tag vorher relativ konkret. Ihr findet den Test dort und dort. Die Zeit, ihr habt 90 Minuten Zeit, das ist aber auf zwei Stunden begrenzt. Also wenn euer Internet zwischendurch aussteigt, habt ihr immer noch einen gewissen Puffer und dass eben die Aufgaben randomisiert sind und ihr auch alle unterschiedliche Zahlenwerte bekommt. Und das, um eine Ratewahrscheinlichkeit zu verringern, die Toleranz auf plus minus ein Prozent eingestellt ist. So, zur Implementierung oder wie das Ganze denn ablief, wie gesagt, ich habe das einfach als einen Test im Moodle gemacht. Mittlerweile jetzt auch schon das vierte Mal. Ich habe hier die Screenshots wirklich vom ersten Mal. Das war so das erste Corona-Wintersemester. Sieht man, wie das bei uns abläuft. Da unten auf dem Twitter-Link findet man auch ein paar mehr weitere Infos dazu. So sah das dann sozusagen aus Studierendensicht aus und funktionierte auch relativ gut. Also nach einer Minute, ich weiß nicht, das waren so 130, 140 Leute ungefähr im Kurs. Nach einer Minute hat die Hälfte von denen schon mal das angefangen und nach zehn Minuten waren so die allermeisten dabei und haben halt jetzt die, das weiß ich halt nicht, ob gemeinsam oder allein, auf jeden Fall haben sie die Aufgaben dieser Leistungskontrolle gelöst. Als Auswertung und Ausblick. Auf ein kleines Problem möchte ich hinweisen. Das habe ich mittlerweile irgendwie herausgefunden, woran das lag. Das Moodle hat einen eigentlich auch darauf hingewiesen. Aber das sind dann zumindest beim ersten Mal Screenshots, die mir die Studis zugeschickt haben. Metainformationen am Rande. Die Digital Natives machen nicht einfach einen Screenshot mit der Drucktaste auf der Tastatur, sondern sie fotografieren wirklich den Bildschirm ab und schicken einem das zu. Also das ist, also die Antwortmöglichkeit ist hier im Prinzip falsch, weil sie zu stark gerundet ist. Da müsste irgendwie 0,373 oder sowas rauskommen. Aber, oder nee, 0,37, ich weiß nicht. Irgendwas, was halt gerundet schon 0,38 ergibt, aber es ist halt trotzdem zu stark gerundet. Es ist dann außerhalb der plus minus ein Prozent Abweichung. Also es ist halt einfach ein Anzeigefehler von Moodle in dem Fall. Ich weiß nicht, ob es in Ilias ähnliche Probleme gibt. Und man muss dann halt mehr Kommastellen einstellen. Aber das war sonst auch das einzige technische Problem, das es so gab. Was vielleicht immer die schönste Auswertung oder der Beweis will ich nicht sagen, das klingt zu streng mathematisch, das schönste Zeichen ist, dass das irgendwie dann doch ganz gut funktioniert, was man sich da überlegt hat, ist, wenn man sich halt die Verteilung der Gesamtpunktzahl anschaut. Das ist jetzt eben von dieser Leistungskontrolle. Ja, da sieht man, da ist der Mittelwert schon ungefähr so bei 40, 50 Prozent liegt. Vielleicht ein bisschen nach rechts sozusagen verschoben. Und das ist mal aus dem Wintersemester davor, wo die im Prinzip Leistungskontrolle in Präsenz stattfand. Also irgendwie hat das schon ganz gut funktioniert, dieses Aufgabenformat dann in die Online-Welt hinüber zu retten. Und ich habe jetzt hier aus Zeitgründen keine Diagramme drin von den anderen Jahren und Semestern, in denen wir das bisher gemacht haben. Aber wie schon angeklungen ist, also das ist relativ konstant. Wenn man das über die Jahre und Semester vergleicht, ändert sich das relativ wenig. Okay, also wichtigste Erfahrung und Erkenntnisse, es macht natürlich eine höhere, es hat bedingt eine höhere Vorbereitungszeit, insbesondere für die Fragenerstellung. Dafür hat man aber diesen sehr, sehr, sehr reduzierten Korrekturaufwand, weswegen wir auch an diesem Format beibehalten haben und das immer noch nutzen, auch jetzt, wo in Anführungszeichen die Pandemie schon wieder vorbei ist. Man kann aber halt nicht alle Kompetenzen von handschriftlichen Tests so richtig abbilden. Also wie zum Beispiel Studierende Formeln umstellen können, das sehe ich da halt nicht, wenn sie zahlenärte Einheitaufgaben lösen. Ja, man tut sehr gut daran, die Studierenden, insbesondere wenn man das so die ersten paar Male macht, sehr, sehr, sehr umfassend davor zu informieren, wie das alles so ablaufen wird und vielleicht auch den Studierenden einen Probetest mit ähnlichen Aufgaben auf der gleichen Plattform anzubieten, sodass sie halt schon mal dieses Look and Feel von dem Test halt haben und dann während der ganzen Sache auch viele Möglichkeiten zu bieten, Fragen zu stellen. Bei uns war das zum Beispiel per Zoom, per Telefon, falls das Internet ausfällt oder meinetwegen auch per E-Mail. Und eine wichtige Erkenntnis ist auch noch, dass die Studierenden die vielfältigen Möglichkeiten, die sie dann in so einer Open Book, Open Web Prüfung haben, also sie könnten eben nebenbei simulieren, sie könnten MATLAB nutzen, dann doch relativ wenig nutzen. Und also zum Beispiel jetzt auch in den Klausuren, die wir oder in den Leistungskontrollen, die wir so gemacht haben, ist mir das jetzt auch nicht aufgefallen in den Ergebnissen, dass sie zum Beispiel einen Studenten, eine Studentin losgeschickt hätten, die vielleicht schon die Prüfungszulassung hat, die sich schnell durch alle Fragen klickt, die halt irgendwie screenshotet, in irgendeine Dropbox oder in irgendeinen WhatsApp-Gruppenchat schickt, sodass halt alle dann gemeinsam darüber nachdenken, wie diese Aufgaben zu lösen sind, praktisch die Lösungsformeln dort posten. Und jeder nutzt dann diese Lösungsformeln, um die mit seinen eigenen randomisierten Eingabewerten zu irgendwie der richtigen Lösung zu verarbeiten. Das sieht man einfach nicht in den Ergebnissen. Wenn man noch mehr Infos lesen will, es gibt einen WordPress-Artikel. Die Fragen findet man auch im Internet. Die sind bei uns nicht geheim. Und ich nehme auch immer ein Video von mir auf. Die findet man auch bei YouTube, wie ich dann diese Leistungskontrolle lösen würde. Und meistens schaffe ich das so, wie ich sage, in 30 Minuten mit allem Drum und Dran. und die Studierenden haben 90 Zeit und können sich das dann in Vorbereitung für das nächste Semester auch ganz gern angucken. Ich setze mich aber dann tatsächlich, oder bisher habe ich das immer geschafft, mich jedes Semester hinzusetzen und mir dann doch irgendwie wieder ein bisschen andere neue Fragen auszudenken, die mit so ähnlichen Formeln und ähnlichen Kompetenzen funktionieren. Damit bin ich am Ende und stehe natürlich noch sehr gern und gespannt wie diese Eichhörnchen hier für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.